Ja Freunde, nächstes Video ist am Start. Diesmal die Lone Star Rokadlila Peony, ich glaube 20mm und 100 Schuss. Viel Spaß! Die Lone Star Rokadlila Peony, ich glaube 20mm und 100 Schuss. Das war die Lone Star Rokadlila Peony 20mm. Also von dem Tempo her, Megabatterie fängt langsam an und steigert sich dann bis zum Finale hin. Die extrem krasse Batterie hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Die Lone Star Rokadlila Peony 20mm. Die Lone Star Rokadlila Peony 20mm. Die Lone Star Rokadlila Peony 20mm. Die Lone Star Rokadlila Peony 20- уже 9 caps. Dieses Video hatte mich sehr gut gefallen.